was geht leute hier ist wieder kuxi weiter geht's mit charlie mörder dabei wie immer der locke untot moin moin Freunde der geschützten zotter oder ich bin gerade etwas zu weit gesprungen ups ich auch ups hier läuft der richtig oh oder immer schwerer hier wäre auch schlimm wenn nicht mehr was ich fragen würde was passiert wenn wir rechts lang gegangen wo sind wir jetzt in deinem besitzt beschleunigung hier oben kann man verkaufen wie schön das ist wenn man sachen verkaufen kann dann kommt das immer gut Geld zusammen gerade auf alle Fälle dieses krank was ich gestern schon vorhin angemacht habe hier wo ich aussah wie so ein Bug alter das habe ich jetzt erst mal verkauft das war ja noch ein bisschen zu krank das haben wir hier runtertan bereits in deinem besitz ich schwöre einen Koboldtrip aus dem Trio aus den Niederlanden herauf ja das werde ich mir gönnen ich habe verbessere das Tempo von allen ein wenig guck mal jetzt habe ich schon ich glaube ich habe mir noch ein bisschen Tempo zu legen ich habe da genug Geld ich habe jetzt glaube ich schon vier Begleiter und das hier werde ich mir aufzulegen guck mal hier zack nochmal ein das ist unsere kleine Mitarmee hier cool was habe ich jetzt hier alles warte ich habe ähm ach da seien wir schneller alle cool ok was ist das hier ach und dafür tue ich unser Schild verbessern also ich kann euch ah ja gut ja ist ja logisch ich bin der Schamane krass wäre wenn du noch irgendwas zum heilen mehr hackst bei Schalten für eine Submau das ist unsere kleine Armee hier drei Kobolde und ein Biest zack so ich glaube wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg zurück laufen dann machen wir doch ah irgendwie Angst hier runter zu fallen ach da müssen wir einfach schnell rüber rennen ohne Rücksicht auf Verluste ich denke mal wir werden jetzt hier auch ein paar Gegner auslassen damit wir euch nicht falls sie hier wieder spawnen ne hier oben ist noch rauf falls sie hier wieder spawnen sollten so einfach geht es noch nicht das will euch nicht langweilen weil ihr das ja auch ein bisschen mehr gleich seht von der Welt und ach ich renne hier einfach durch ich weiß du hier sind wieder diese kleinen Mädchen diese kleinen Mädchenlocke ja ja aber die spawnen hier anscheinend nicht wieder dass ich jetzt grad ziemlich praktisch finde aber ich oh ich bin da vorne ich hab jetzt grad nur auf dich geguckt ich dachte oh ich dachte ich bin du was hast du da für ein Zeichen bei dir? hattest du grad auch diese Pink Warnung bei dir? genau ja die hatte ich bei dir gerade auch ok dann lass uns mal hier rechts weiter ich guck nochmal kurz auf unsere Weltkarte oh ein bisschen ein bisschen haben wir ja schon geschafft hier wie man grad sieht aber es bei mir ich bin im Ladescreen ah jetzt ein kleines bisschen jetzt seh ich das hier erstmal ok äh ich glaub nun hast du keinen Oberteil mehr an das müsstest du nach dem Tätowieren musst du das immer nochmal anziehen ah ok warte ich glaube sie sind schon zu weit der Modelle so jetzt hab ich sie da an ja nach dem Tätowieren musst du das komischerweise immer wieder anziehen Brauerei ja hier gehen wir nochmal schnell rein weil ich will oh da stehen schon ein paar Zombies am Fenster oh Gott was war das denn grad? das war jetzt grad auf jeden Fall der Bug so jetzt will ich auch mal hier brauen ich hoffe dass ich diesmal hier geschissen krieg hier so kurz aha ok ah jetzt hab ich auch mal was hingekriegt so ich weiß zwar nicht was das jetzt hier alles für wirkt aber jetzt hab ich auch den Erfolg ich bin ein Braumeister aber ich tu jetzt auch noch ein bisschen mehr brauen weil wenn schon äh hab ich mir auch grad so gedacht der Rotwürzel ok Gehni Doppelblock rotes Steinbier geflügeltes rotes Lager und du hast ja Money ohne Ende was ist denn los? ha 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 Sparfuchs ha 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 Mensch du unglaublich letztes mal müsst ihr nämlich wissen weil er sich aufregt wo ich immer das ganze Geld herhabe was ist das ein Museum ok nachts im Museum Hier kann man wieder schön shoppen, wo war es denn das hier oben, das sieht mir verdächtig aus, warte kurz, siehst du die Poppe dazwischen? Ja, 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 ich werde dich mal fotografieren, wenn ich hier... Ich auch. Da, haben wir doch. Ah, Gegenstand abgegriffen, siehste? Siehste wohl, sehr gut. Mal gucken, was haben wir denn abgegriffen? Flüchtig, seltene Beute. 50% selten, den hauen wir doch gerne mal an, legen wir doch gerne mal an. Ich kann den nicht nehmen. Ich auch nicht. Ah, jetzt kann ich die nehmen. So. 50% seltene Beute, jetzt habe ich. Okay, wollen wir schauen. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, ich werde jetzt hier meine ganzen Tränke verkaufen, weil ich die für... ...unnötig halte. Frostfrispilz, Lebenspunkte plus 91... Hab ich nicht, ich werde das behalten. Lebenspunkte plus 11, Tempo plus 11... Ich werde die behalten, ich habe hier genug Platz, oder? Ich habe jetzt hier noch 92 Dollars, mal schauen. Was haben wir denn hier alles an Klamotten? Oh, hier haben wir was Schönes. Ich glaube wir haben dunkles Unterhemd. Ich glaube wir haben dunkles Unterhemd. Ich glaube wir haben dunkles Unterhemd. Das kann ich mir gar nicht leisten. Schwere Kampfhandschuhe. Ich muss gar nicht haben. Aber die sind schwächer als das, was ich jetzt gerade dran habe. Ah, hier dunkles Unterhemd. Ich glaube das werde ich mir gönnen. Schwere Kampfhandschuhe. Cool. Wow, die sind arsch teuer. Aber ich glaube die kaufe ich mir. Da ist jetzt auch noch was geklaut. Eine Jacke. Ich glaube ich kaufe mir diese schweren Handschuhe. Ja, auf jeden. Abwehr plus 28. Du bist schon zu weit. Ich will noch mal schnell was verkaufen. Kommst noch mal zurück. So Jacke. Was ist das? Dunkles Unterhemd. Ich nehme die Jacke. Die wird besser sein als das Unterhemd. Ja, auf jeden Fall. Kauf gemacht. Mal hier noch für Mützen. Guck mal. Oh, guck mal da. Ich sehe gerade neben die Mützen ist sogar noch ein. Zum Fotografieren. Ach ja, siehste. Geld eingesagt. Pitten soll er pitten. Ja, das ist ja auch. Wir müssen echt auf so Sachen achten. Guck mal, hier ist es auch noch mal Bini. Oh. Oh, die sind gut. Aber die kann ich mir absolut nicht leisten. Doch, du hast doch genug. Nee, also gar nicht. Bei mir kosten die 23,95. Hä? Bei mir kosten... Ehrlich, was versteht denn bei dir? Bei mir steht RPG Schleim Bini. Bei mir steht ja, bei mir auch. Allein. Anarchie 34? Anarchie 34 und Abwehr 8? Nee. Anarchie 29 und Abwehr 8. Und erfahrene Abwehr auf 101 Prozent. Da habe ich 112 Prozent. Und Abkling nochmal 5 Prozent. Okay. Und die kostet mir wieder 107,95. So, ich werde das Feuerzeug auch mal verkaufen. Oh, jetzt könnte ich mir sogar leisten. Ich glaube, ich hoffe auch schon. Sieht zwar absolut lächerlich aus. Aber... So ein Kondom-Mützchen da. Aber... Was kostet die Welt? Ich kaufe das zweimal. Das denkt man, dann haben wir erstmal alles. Und sind wir wieder bereit, den erstmal weiter zu locken. Vielleicht kommen wir auch wieder hier in 1000 Häuser vorbei. Boah, ich finde die ist sehr cool hier mit diesen Puppen da an dem Fenstern drin. Oh, jetzt kommen wir mal einfach. Suchen wir jetzt den Slenderman hier im Wald? Oder was ist das hier? So Leute, aber es ist mal wieder soweit. Bevor wir jetzt hier aufsteigen oder hier uns das nehmen, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao Leute.